Hier ist Tila. Mia hat sehr traurig gemacht, dass sie bei uns abgegeben wurde, einfach weil sie schon neun Jahre alt ist. Sie ist ganz lieb, super intelligent, spielt gerne Ball und wir üben mit ihr, damit sie ein paar Kilos abnimmt. Ja, Tila? Nicht wahr? Ja, Tila? Mia, komm, komm.